So, ich spiele ranked. Darius gepickt. Meist du mal, ist Darius gebannt auf Goldilo? Ich weiß nicht mal, warum, ey. Er ist eigentlich stark auf der Lane. Also, wenn man richtig spielt und den Gegner zulässt, wie man ihn spielt, dann... Hat auf jeden Fall viel Potenzial im One-on-One. Aber er kann nicht so gut die Games carryen, weil einfach... Seine Mechanik ist gut, aber zu simpel. Und simple Sachen kann man halt counter, ne? So, Jace. Ich weiß nicht, ob Jace schwer ist. Ich jetzt gar nicht im Kopf. Ich glaube, wenn ich Grab habe, ist es easy. Also, wenn ich eh habe. Und auf Level 1 ist Jace nicht so stark. Oh, das war Fail, man. Jetzt müsste ich ihn doch eigentlich killen, oder? Oh, der zerfetzt mich ja richtig. Jetzt stirbt er. Fünf Stacks und Ignite? Obwohl, auf Level 1 ist es schwach, ne? Und das Ignite ist schon ausgetickt. Ah, scheiße, man. Und was jetzt? Entweder werde ich jetzt gegankt. Weil ich nutze ihn gleich, wenn ich Level 3 bin, vielleicht mit nem Q. Oh, ich will nicht gegankt werden. Hä, der hat auf dem Boden genockt? Seit wann geht denn das, Mann? Ja, also gut spielt er auf jeden Fall nicht. Flash hat er, glaube ich, nicht. Ich muss einen Grab schaffen, dann habe ich ihn, Mann. Das ist ein bisschen schwer, ne? Was haben die für Jungler? Wie? Oh! Soll ich ihn Dive in, Mann, Man-Mode? Oh, please kill den Creeps! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Schöp! Ah, fuck, Mann, fuck, fuck, fuck! Oh, 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 oh! So, ich Fage bauen. Fage oder Andee? Möchtest du mal das? So, Wire Double Buffer, low. Der ist jetzt Level 4, die Lane ist gut gepusht. Das heißt, ich habe Level 5 nach der Creep Wave. Wenn ich Lee Sin dann hochpicke und er dann hochkommt. Ich schreibe schon mal. Komm, top. Ist pusht. Vielleicht gehen wir ihn dann. Heftig, wie schnell die Animation von Darius R ist manchmal. Manchmal ist die so schnell. Wenn du drei Tage so mit R anklickst, sterben die instant. Also ich muss mal ein Video dazu hochladen. Ich habe so eine Szene gemacht. Da habe ich auf drei Leute R gedrückt. Und wie das aussah. Das ist richtig so fast schon instant. Oh, stirbt er. Ich hoffe, das lohnt sich. Ich grebe erstmal. Leider hat kein Flash, das stirbt. Er verlässt mir den Kill. Thank you, nice one, schreibe ich mal. Sein Push war jetzt kacke irgendwie. Wozu pusht der, der Freak? Also Jax ist total disabled jetzt. Das ganze Team hat irgendwie alles gesnowballt. Lee Sin hat schon mal den gekillt. Why, wie? Komisch, wie wird heute oft gespielt, ne? Ich habe es schon dreimal gesehen, ey. Why? Why does it go? Skin ist geil, man. Ich will den Skin mal in schwarz haben, statt in rot. Oh, mies. Er ist schon Level 6, der dicke Creep. Okay, was werden die jetzt machen? Ich sehe niemanden. Ich sehe nicht mal Jax hier. Sind die alle AFK, oder was? Ich sehe niemanden auf der Karte. Was ist das denn, Mann? Please not. Ich will kein langweiliges Game. Da kommt Jax. Er ist gejungled, oder was? Ich kann ihn easy diven eigentlich. Please, R, R, R. Gut, dass ich Ghost hab, Mann. Ohne Ghost hätte ich es nicht gepackt. Also mit Flash wäre ich gestorben, ey. Das Speed zu langsam geht. Normalerweise hätte ich die Wave noch gepusht. Aber ich habe irgendwie keinen Bock, dass V kommt, ne? Mal Movement Speed. Das ist irgendwie wichtiger. Ich nehme mal trotzdem noch eine Potion. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt schon drei Potions gekauft. Das sind 150 Gold, ne? Das ist gar nicht wenig, Mann. Dieser 150 Gold wäre ein langes Schwert mehr. Auch nicht bad, ne? Ich habe jetzt nicht so ein Gefühl, wie viel mir die Potions wirklich bringen. Man muss mal wirklich darauf achten, ob sich das überhaupt lohnt. Weil es kann sein, dass die Potions total wasted sind, ne? Wenn man die jedes Mal kauft, drei Stück. Wie gesagt, 150 Gold wäre ein langes Schwert mehr. Das sind 10 AD. Das kann es schon voll ausmachen. 10 AD auf dem Auto-Attack, auf der Blutung, auf dem Q und auf dem R noch. Das ist schon nicht wenig. Aber wenn ich ihn schon diven kann, Jace, dann kann er doch nichts mehr machen eigentlich. Gut, ich habe jetzt Kulown und so. Jace ist jetzt Bottling. Okay, das ist der Checktop. Der Checktop bringt nichts. Obwohl er TP. Vielleicht kommt er wieder hoch. Komm, wir sind jetzt hier hochpingen, Alter. Ja, ihr Retards. Drei Bot. Hauptsache, wir kriegen halt den Drake. Darum geht es mir nur. Das ist nicht so wichtig, Mann. Sollen wir den Tower wegpushen oder nicht? Lohnt sich das? Voll komisch, die Map-Konstellation. Oh nein, Mann. Oh, schon mal alle wie, ne? War das wieder irgendwo im Championship oder so? Stärke über alles. Ist das so? Yes. Ist das so? Was geht denn da ab, Mann? Oh, wie das der Stompen, ne? Jace hat eigentlich nichts, ey. Das macht wieder ein Double, ey. Trash hockt mich down. Oh, Digga, der stirbt doch jetzt. Ja, nice try, Trash. Aber du stirbst jetzt, mein Freund. Äh, äh! Ist halt irgendwie risky von ihm. Ist viel zu deep gegangen. Blutrausch. Theoretisch kann ich weiterpushen. So wie es aussieht. Sie sind alle Bots. Doch nicht. Ich hab so Bock, Lux zu killen. Soll ich jetzt risken? Aber ich hab nix ready. Die hat keine Items, ne? Die hat nix. 70 AP. Hast die mal killen, oder? Ah, hab ich den Wort mal nicht gesetzt. Scheiße. Ich dachte, ich schaff's noch vorher. Wenn sie das Kuh misst, ist eigentlich Win, ey. Dann zieh ich Ghost und dann nutz ich sie weg, ey. Oh, Trash kommt noch. Was für schlechte Pings, ne? Der Top-Pink, der ist auf jeden Fall schlecht, Mann, der Player. Gegen zwei Leute, ne? Top-Pushen ohne Mana. Und UL-CD. Das ist der beste Call, ne? Auf Gold. Gold Call, nenne ich das. Aber was kaufen wir nix? Ich will auf jeden Fall Movement Speed. Das heißt, entweder baue ich Trinity oder das. Ich will immer so schnell, es geht Movement Speed. Normalerweise baue ich hier offensiv immer. Da würde ich Shadow Blades bauen. Dann habe ich richtig viel Movement Speed. Ich halte die Trades richtig gut aus im 101. Und ich habe viel Attack Speed. Das heißt, ich kann die ULs schnell stacken. Und total dominieren. Dann ist das noch Movement Speed. Das gibt Movement Speed. Das gibt Movement Speed. Viermal Movement Speed. Perfekt eigentlich. Ich spiele aber jetzt manchmal diesen Build. Weil der irgendwie witzig ist, Mann. Der ist, glaube ich, nicht so gut wie der Open. Aber der ist so mit Tank. Ich mag dieses Geistessicht. Und dieses titanische Hydra ist irgendwie auch ein witziges Item einfach so. Ich finde es jetzt nicht so krass, aber... Das ist so ein Fun-Item, habe ich das Gefühl. Das bockt irgendwie. So diese Procs und dass man so HP hat und so. Das ist witzig irgendwie. Ich bin überzeugt, dass Damage das Beste bleibt. Das Problem ist, hier fehlt ein bisschen Movement Speed im Bild, weil man das nicht hat. Und Shadow Blade 12% Movement Speed in Fight? Uh, das ist göttlich, Mann. Na, ist das schon göttlich. Ich weiß nicht, ob Geistessicht da mithalten kann. Auch wenn es gute Death Stats hat. Ich denke, dass wenn du nicht rankommst mit Damage, was bringt es dir, ne? Was bringen dir solche Stats? Was ist das für ein Game, ey? Die Freaks, Mann, die dann gleich sterben, oder? Ich werde nicht ruhen. Helft mir, Jungs. Ich habe Bock auf ein Double-Kill. Ich habe gute Items, alles ready, Mann. Das ist eigentlich kein Problem, Mann. CRJs, mein Freund. Ich ziehe mal Ghost. Hätte ich nicht mal ziehen müssen, aber... ...wollen wir mal trotzdem, wenn es bockt. Wenn es anbockt. Ich möchte auch ja auch nicht ziehen, aber wir machen mal Safe Kill. Nicht, dass er noch Flash oder so hat. Soll ich echt pushen? Ich will nicht pushen. Das ist boring zu pushen, Mann. Bis jetzt kommt keiner zum Defendant. Y kommt vielleicht jetzt in beide Miss. Soll ich Y traden? Schaffe ich die? Ja, Y hätte ich geschafft, aber beide? Oh Gott, was ist denn das für Failures, bitte? Ich brauche Mana! Ich würde es locker packen mit Mana! Jetzt gewinne ich das, Mann. Jetzt gibt es einen Slow und weg bist du. Was ist denn das für Flashes, Dic? Gold oder was? Alter, was ist denn das bitte für Flashes? Haben die einen schlechten Tag, oder was? Oder wurden die zu krass des Abels? Ich würde Jace auch packen, aber ich brauche Mana. Ich kann sonst keine Spells usen, Mann. Was kann ich machen? Ein W und einmal ein Grip oder so. Gleich, aber das ist wirklich nichts. Heftig. Wer bohrt hier bei uns die ganze Zeit, Mann? Mitten in der Nacht, abends. Und 8 Uhr. So. Guck mal, Herzen. Ein F hat Herzen. Guck mal. Titten hat sich auch einen geilen, dicken Arsch. Siehst du? Perfekt. Perfekte Frau, ne? Schönen, schönen dicken Arsch. Titten. Auf das Gesicht. Herzen hat sie auch noch beim Laufen. So, Mann. Jace, Free Kill. Er muss pushen, er will ja gewinnen. Oh, wie knapp, ne? Hätte ich nicht gedacht, dass der entkommt? Na. Sieht mal, wie wichtig Movement Speed ist. Aber krass, Mann. Gut, er ist halt zweimal durchs Gate gelaufen, ne? Nach dem Grab ist er noch mal durchgekommen. Ich gucke mir gleich auf jeden Fall Blue. Wieso haben wir nicht einen Drake eigentlich? Das ist irgendwie seltsam, ne? So da am Dominieren und kein Drake. Verstehe ich nicht. Fight it, bait it sie. Pullt sie mal alle durch, Mann. Dann fisten wir die so heftig. Achtung jetzt. Luxus-Engu hier. Da ist sie doch. Der Lyssen ist so aggro. Mach doch den Drake einfach, Mann, Alter. Das ist alles wegdominieren. Jace farms sich hoch. Oh, soll ich Ghost ziehen? Oh, wie es mich reizt, ne? Ich ziehe Ghost. Oh, Gott. Vernunst ich das? Ich weiß es nicht. Nein. Oh, Luxus hier. Oh, jetzt kriege ich einen Hook rein. Auffassen. Lass doch mal den Turm machen, Jungs. Komm, wie Lucien muckt. Das ist ein Nerd. Genau, die Golems klauen, Jungs. Alles ihr klauen, ne? Ihr fuckfreaks. So geht das. Jace farmt sich halt hoch, Mann. Das ist kacke. Lass mal einen Double machen, Jungs. Kein Double, wollt ihr? Wollt ihr mich verarschen? Boah, der stirbt nach ohne Ult. Oh, Gott. Schon disabled die Bot Lane. Ignite habe ich noch aufgemacht. Krass, wieso ging er nicht instant, ne? Weil das Crew noch geloadet hat. Und das Lid geht das ähnliche. Guck, jetzt haben wir Movement Speed. Lass uns mal jetzt weiter auf Movement Speed gehen, ja? Also, wir bauen Trinity oder das. Oh, dann bauen wir mal Dead Man's Plate. Das ist... Gibt halt auch Movement Speed und ein bisschen Death, ja? Eigentlich hätte ich Trinity genommen, weil man snowboilt auch besser. Das ist irgendwie mehr Fun, ne? Schön mehr die Qs rein. Die Ws sind stärker. Man hat mehr Movement. Das ist schon geil, Mann. Ich hoffe, die surrendern das nicht. Ich will mal richtig Fun noch haben. Oh, weg. Nein. Gut, er klaut sie jetzt nicht. Dafür klauen wir mir die Viecher hier, ne? So geht das, mein Freund. So, ich will mal Killz haben hier. Chase is happy. Das ist ein Vieh, der hat. 1, 5, 0, 7, 2, 6. Dann go, Ruzi doch. Verstehe ich, warum die kein E gemacht hat. Die spielen schon richtig so... Die wollen schon irgendwie dominieren, ne? Aber irgendwie trauen sie sich nicht. Bewegen sich schon in die Richtung. Oh, please, why? Komm her, please protect dein Blut. Oh, endlich sterben mal die Mades. Endlich passiert mal was. Jetzt kommt noch Wei mit Ults. Und jetzt kommt der Triple Kill. Oh, ich toche Darius. Ich komme nicht los, Mann. Oh. Oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Weiß abgeschnitten, licht sie, Ghost. Oh, der Hook war mies. Oh, Killalution. Oh Gott, ich grab ihn. Oh, jetzt gibt's einen miesen Fight. Aber ich werde sterben, Mann. Ich bin zu nah am Tower. Oh, fuck, Mann. Scheiße. Ah. Oh, 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 oh. Hier, Mixer, Mann. Oh Mann, ich will halt Fun haben, die Triples machen, ne? Boah, er hat Movement Speed. Und Kicks, ne? Oh, die Luschen ist, glaub ich, gar nicht bad, Mann. Was hat denn der für Steps? 6-3 für so'n loser Team, das ist auf jeden Fall gut, Mann. 100 Pro. Das Problem ist, der Char kann nicht carryen, ne? Ich glaube, man den Dab in Ruhe lässt und der Protector ist, maybe. Aber das wird hier nicht der Fall sein. Er hat auch gar nix, Mann. Trash suckt. Okay, der geht vielleicht noch. Die drei suckten ja alle. Why, weiß ich nicht, suckt auch. Was will ich da machen? Boah. Wie ist denn mit Darius hat man immer Fun im Rank? Das ist der Unterschied. Immer hat man Fun damit. Das ist immer ein Fun-Sham. Der bockt immer. Das ist das Gute. Nix ist alone. Top der Dabby, Gebrüche. Jace baut er sich hin. Dann fisten wir mal Jace, mein Freund. Wir grüßen ihn gleich. Mit einer richtig schönen Schelle. Mit einem schön Slow rein. Und ein Grab. Man holt. Bam. My friend. Jetzt nicht die Pinn dürfen, my friend. Ah, fuck you. Fuck you. Oh Gott. Ah, Mann. Mein schöner Freekill. Hm. Oh, was macht mein Schar? Oh Gott. Ich hätte sie locker da durchgraben können, aber der ist irgendwie so hochgerannt. Abgefuckt. Abgefuckt, abgefuckt. Mein Ziel ist klar. Egal. Dann weiter hochleveln. Weiter schön Snowball-Items holen. Und Pfanne haben, ne? Mal sehen, wann der Disable kommt. Surrendert haben sie noch nicht. Die wollen scheinbar das echt noch drehen oder so. Uh, da komme ich, mein Freund. Oh, ich bin so slow, der Scharne. Oh, Mann, ey. Deadman's Plate wird es so bringen jetzt. Schwach Chases, ey. Jetzt hat denn der Ball abgezogen. 200? Das ist ja nix. Ich habe ein bisschen Armor runtergenommen. Aha, der nächste Attack macht das auch. Yeah, jetzt kommt der Movement Speed, bro. Botlane mega gepusht. Soll ich Botlane gehen oder Red machen? Oh, fuck. Ich gehe top, ja. Oh, die machen echt nicht die Botlane. Guck mal, keiner will den Farm haben. Die sind alle so killgeil, ne? Ich hätte halt auch Jace gekillt, aber ob von hier so viel Farm ist? Guck mal, wie die ausrasten, die Mates. Wie sie alles dominieren, ne? Normalerweise spielen die Leute gar nicht so auf dem Edo. Solche Mates suche ich immer. Bzw. will ich immer haben, dass die Leute, man, die Karte richtig dominieren, so wie jetzt, man. Richtig offensiv. Alles pushen, warden. Die sich die Drakes nehmen und so. So spiele ich eigentlich immer nur meist alleine. Es followt irgendwie keiner ab. Ich stehe dann alleine im Jungle, dies, das. Und die gammeln lieber rum und farmen die ganze Zeit. Okay, aber jetzt geht es da richtig ab. Oh, die sterben sogar. Das ist nice, man. Oh. Quadra maybe? Ich habe Ghost ready und Ignite. Oh, ich muss Ghost ziehen. Oh nein, listen. Lass mir doch die kills, du Freak. Nein. Nein. Oh man, Digga. Ich brauche den Kill. Oh man, fuck. Ich dachte, Lee Sin stirbt, ey. Oder irgendwas. Oh, ich hätte so gerne Quadra gemacht. Ich muss die Maze mal ein bisschen sterben lassen, glaube ich. Was sonst? Boring, ne? Ganz ehrlich. Titanische Hydra. Muss ich das einfach? Ich habe das Life-Rack, ne? Weiß nicht, wie gut das ist. Statt Titanische Hydra könnte ich entweder Shadowblades, aber Shadowblades bräuchte ich nicht mehr. Ich habe den Move-Movement-Speed. Soll ich doch mal ein Damage bauen? Soll ich doch mal ein Snowball-Build machen? Full Damage? Kann ich durchziehen, ne? Ich brauche keine Tankiness. Wofür denn, ey? Lass mal richtig Snowballen. Ich mache full Damage, ja? Oh man, das wird abgehen. Das wird schön krachen. Blutrausch. So, dann was kaufen wir next? Tanz des Todes. Ist das so gut bei Darkness? Riecht das auch bei den Dots? Normaler Schaden. Theoretisch muss auch meine Dots mich heilen. Das muss ja ganz schön krank sein. Mit Geistessicht zusammen? Puh. It has to be fucking good. The heal power. Oh, Trash, mein Freund. Oh, Trash, mein Freund. Oh, Lux, Alter. Du kriegst jetzt eine Schelle. Oh, my goodness. Oh, my damn. Lass mich den Kill noch machen. Lushen Ball hat jetzt full auf mich durch. Das ist los, ey. Oh, nein. Brauche ich doch Tankiness. Heftig, ne? Sie sind gar nicht so ungefährlich. Hast du gesehen? Er zieht sofort auf mich durch. Einmal hat er eine gute Position. Oh, wir können das gut noch verlieren, Mann. Das müssen wir überlegen. Okay, was hat mich gekillt? Normal Damage. Einzige Magic ist Lux. Heißt, ich brauche kein Geistesdurchbauen, wozu? Die haben kein Magic Damage. Ja, es heilt mich als Tanz des Todes. Ich muss auf jeden Fall mehr rankommen. Ich muss schneller sein. Ich nehme Phantom Dancer. Ja, fuck mal drauf. Damit kann ja Lushen auch wegtraden. Selbst wenn ich oben bin, fiste ich ihn dann easy. Mach mir den Bild mal oben. Habt jetzt länger nicht gemerkt. Ich hab meistens jetzt das unten gebaut. Aber ich will mal das wieder probieren. Das ist noch 5% Lauftempo plus 7%. Das ist echt gut, ey. Die machen nicht Baron, Jungs. Ihr wollt Baron machen, ihr Freaks? Mit was? Mit Level 11? Ich bin nicht so sicher über das, Bro. Oh, weiß hier. Oh, und ein Hook und Lushen. Oh, mein Gott, Gomez. Oh, fuck, Mann. Fuck. Ja, aber ich will ein bisschen Fun haben, Mann, Jungs. Was soll ich hier alleine auf der Map machen? Nur beim Baron rumgucken oder was? Oh, ich will irgendwie Kills machen, ey. Wozu hab ich denn die Items? Das steckt da auch noch. Ui, 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 ui. Throwing oder was? Boah. Was stand das? 21,7. Ist das? 34,20. Einzige gefährliche Solution, aber man kommt nicht ran. Nein, nein, Fokus ist win. Einmal die Blanklichsten braucht. Wow. Oh, please. Ich will das nicht verlieren, Mann. So, jetzt steht sie auch noch. Einmal. Oh, mein Goodness. Oh, mein Ding. Fünf Leute haben keine Frontline. Ich kann das nicht tanken. Diese Kombos suckt eng, wie sie, finde ich. Vor allem nicht wieder alle mich fokussen, Mann. Das Problem ist, dass alle mich fokussen. Ey, das Game ist so schwer, ne? Ich glaube, wir verlieren das, Mann. Ich weiß nicht, das fühlt sich irgendwie voll schwach an, so das Team im Fight, ey. Ich stehe vorne, werde weggenatzt. Leblank, geh doch da hin. Hätte ich doch Tank-Items kaufen sollen. Aber ganz ehrlich, wenn die fünf vor mir stehen, da wird ein Tank-Adamonics ändern. Da kriege ich trotzdem eine Schelle. Die Positionierung muss einfach ein bisschen sich bei uns verbessern. Bei dem bisschen das Bild mehr. Das war schön, auf jeden Fall. Drake festet mich. Smite doch. Ich hätte ruken können. Das war aber Fail von Vi, auf jeden Fall. Da ist das Comeback, Mann. Oh, soll ich reinchase? Ich weiß nicht. Ich habe keinen Bock zu sterben. Ey, wie kannst du denn da Rückwärtsbewegung, ne? I like, I like. Ja, wir können Baron machen. Können wir alles machen. Aber was das für ein boring Playstyle, Mann. Wie langweilig, ey. Ich will nicht die Stats campen wie jeder Affe hier. Ich will irgendwas machen, Mann. Oh, wie gut der Movement-Speed ist, ey. Mit Shadowblades. Yeah, man. Let's fight. Und ich muss wieder vor. Oh, please not. Oh, und weg bist du. Er doch. Oh, Mann. Ich sterbe so schnell, ne? Das bringt nichts. Das bringt nichts mit Shadowblades. Titanische Hydra bin ich ein bisschen mehr, Dev. Geistessicht. Oh, fuck. Was soll ich bauen, Mann? Handuin's, oder was? Macht das echt so einen Unterschied, das eine Item? Oh, fuck, Mann. Fuck, fuck, fuck. Ich schwöre, wenn wir keinen Tank haben, schaffen wir es nicht. Ich werde jedes Mal verrecken. Und Lee ist auch nicht gerade so tanky. Schön, Mann. Das R, das wird viel Damage machen. Go, Leblanc. Füße Sie. Komm. Tanz des Todes bringt mir auf jeden Fall nix. Was soll ich bauen, Geistessicht oder das? Geistessicht heilt mich halt auch mehr ein bisschen live, ey. Und CDR. Oh, fuck, Mann. Randuin's um. Ist da 60 Armour, das ist auch nicht so viel jetzt. Ich weiß nicht, was soll ich durchpushen, einfach? Die Frontline hält einfach nicht, Mann. Eigentlich könnt ihr Baron jetzt. Eigentlich können sie Baron machen. Jede Länge ist gepusht. Lucien ist sogar ganz alone. Oh, ich ghoste ihn jetzt weg. Terminiert gibt es jetzt schon. Boah, was macht mein Char? Was ein Retouch-Champ. Ich schwör, was ein Retouch-Champ. Boah, ich check das nicht, ne? Ich check's nicht, Mann. Das war so ein Freak-Kill, Mann. Mein Typ, mein Char, meine Maus. Ich hab rechtlich auf den dicken Mob gemacht, statt auf Lucien. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Ey, das war so ein Freak-Kill, ne? Das war so... Oh Gott, wie ein Mixer. Na. Ich hätte sonst nie Ghost gezogen, Mann. Das war so safe, ey. Er ist sogar schon nach rechts gejumpt. Hallo? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich kaufe halt Trindian ein Item. Muss ich nehmen, entweder das oder das. Oder Handuins. Ich kann auch Handuins nehmen, ne? Oh man, f***t euch. F***t euch, ehrlich. Wirklich. F*** you. Ich hoffe, du diese Handuins bringst, ey. Kannst du das losen, ey? Gib mir Speed! It's all about Movement Speed, ne? Oh, dieses Gerute, Mann. Ich muss das mal dodgen, ey. Aber I wanna have some fun! Was will die von mir, ey? Alter, mach doch, Drake. Ich protecte das aus dem Baron. Go, Digga. Spampt man nicht rum? Ich hab halt keine DPS, ne? Die ist schwach. Du Wichser, Li, alter! Du kleiner Hohenzoller, hä? Oh, ich will Kills machen. Top-Farm, ne? Das Ding ist, ich hab mit Randuins einmal einen AOE-Slow. Vielleicht wird mir das helfen, an Lucien zu sticken. Wenn ich nicht vergesse, es zu aktivieren, Mann. Ich nehm als letztes Trinity, ja, für Allround einfach. Krieg ich wieder Movement Speed, DPS, Burst. Bisschen AD, ich hab dann alles einfach drauf, fertig, ey. Ich hab jetzt keinen Lifestyle. Ich hätte halt auch das bauen können. Oder titanische Hydra. Boah, ich will den Movement Speed haben. Der wird es vielleicht machen, diese 5%. Wer weiß, Mann. Das ist für Darius ziemlich gut. Ich zieh mir mal Ghost. Yeah, Mann! Damage, oder was? Randuins hab ich nicht gezogen. Du, mein Freaker-Jungs. Der gehört mir rein. Ich will dich gewinnen. Ich geh weg vom Team hier. Lucien, protect das Game. Alter, er hat sich Red-Red gefarmt. Das war der Fehler von Lucien. Oder? Der hat er gar nicht. Der war nicht da im Fight. Was will er jetzt alleine machen? Scheinbar hat er ein bisschen Time. Den verschafft die Spawn in 10 Sekunden. Was ist das, wenn wir es nicht bekommen? Nice, Lucien, Bro. Nice, Mann. Verdient. Vielleicht habe ich mir Trinity 3-7. Ja, geht so nah. Das muss ich machen. Hydrat man mehr. Aber ich will den Movement Speed. Man merkt schon, ich attack schon viel schneller damit. Ist auch gut. Ich hab da schöne DPS. Auf den Autotecks. Und es sind Blutungen drauf. Movement Speed ist das Wichtige bei Darius. Also das Wichtigste. Überhaupt. Danach kommt eigentlich AD und Death. Der Rest ist halt so gemein. Aber Tag Speed ist eigentlich auch wichtig. Das ist nicht zu unterschätzen, wenn man keine Blutungen stacken. Oh, ich werde sterben. Da muss ich echt alleine, wie es aussieht. Soll ich echt alleine pushen? Derbe, Risky. Oh, aber ich will kein Boring Match. Jungs, dann helft mir doch. Was soll ich einfach sterben? Und oh, fuck. Fuck aufs Team. Go 1 vs. 5. Komm, das Game ist eh gleich fertig, ne? Lass mal ein bisschen Fun haben. Go, Bro. Sag mal nicht so eine Pussy wie die anderen hier. Oh, Lucian. Oh, Lucian. Oh, Lucian. Oh, nein, hat man Ult survived. Das suckt natürlich extrem. Ich will jetzt kein Fun haben kann mit Ult. Give me Speed, please. Oh, komm, die hunden wir. Wir wollen Fun haben. Die kriege ich easy. Gleich kommen die Kröte. Da holen wir uns noch Speed. Ghost habe ich auch in 20. Wie, du wirst sterben. Oh, please. Ich will sie haben. Ist sie doch hochgerannt? Ja. Oh, mein Gott. Jetzt rennt er wieder zurück. Oh, Gott. Ah, fuck you, ne? Ich liebe es. Oh, Mann, dass mein Ult urschen nicht gehitet hat, ne? Also gekillt, meine ich. Irgendwie zwei Stacks waren, glaube ich, drauf. Und da habe ich so 20% gemacht. Hallo, das muss doch rechnen, Mann. Auf ein ADC. Bro. Yes, full ice. Ich habe schon wieder nicht Randwings gezogen, Mann. Ich würde das voll merken, ne? Oh, gut. Ich glaube, es war auch niemand in Range. Das load nur eine Sekunde um 90%. Aber mies, ey. Oh, Bro. Jetzt 340 AD. Das heißt, die Ults krachen für 1200. Das reicht auf jeden Fall. Und full attack speed. Also gut attack speed habe ich. Und movement speed. Oh, guck mal hier. 4-7-4. Boeing 7-4-7, ne? Jetzt habe ich perfekt movement speed. Oh, jetzt ein Fight. Ich kill erst mal V. Hallo, V. Wo bist du, V? Oh, nein. Ich habe hier Zeit gewastet. Jetzt sterben meine Mates. Oh, please. Please. Let's have some fun. What a match. Die wollen sich nicht positionieren für den Panther, ne? Die wollen sich nicht positionieren. Jetzt kommen sie wieder runter, oder was? Dieses Hin und Her, ne? Als nächstes kommt der heftige Drake, ja. Wir können das safe mit Baron und so gewinnen. Aber ich will nicht safe. Ich habe 20, 6. Oh, ich muss sterben jetzt. Die Stats sind zu gut auf jeden Fall. Die können wir so nicht stehen lassen. Ich habe meine... Oh, Lucia mit Ghost. Und jetzt ziehe ich diesmal Randuin's, ja? Oh, die fisten mir, die Bitches. Ah, Randuin's. Blutung reicht eigentlich. Boah. Lala, was hast du nicht gesehen? 1300 damage. Habe ich auf Lux ge... 1300 AW habe ich gemacht auf Lux. Oh, mein Gott. Was war das denn, ey? Ich bin zwar gestorben, okay. Who cares? Aber... Oh, 1300, ey. Ui. Heftig, ne? Ja, aber du kriegst ja 20% Angriffs, ey. 200 AD habe ich bekommen durch dieses Noxische Julien-Tine. Ich so, dann habe ich 200 AD drauf, hatte ich wie viel? 540 AD. Dann noch Trinity Force Brock. Das hat ja hier 700, stand hier eben. Bei der Zahl. Und dann noch Crit von Shadowblades. 1300 AW. Wer braucht Ult, ey? Das ist stärker als man Ult, Mann. Oh Gott. Ein Outlet Deck. Das bockt auf jeden Fall. Coffee. Oh Mann, ich will Penta machen. So knapp, ne? Warte, 10%. Guck mal, das mache ich mit Auto-Checks. Die krachen, ey. Kann ich den Drake machen? Was ist der Drake auch selten, ne? Was ist der Verrüstung? Oh, ich will Kills. Ich will keinen Drake. Ich scheiße auf den Drake. Ich brauche Kills, Jungs. Jetzt machen die Kills. Ich habe keinen Ghost. Oh, ich will das nicht tanken, man. Jetzt kriege ich einen Hook rein in die Fresse. MF chased. Und Baron wollte, wie boring seid ihr denn? Was für boring Player, ne? Save Drake, Baron. Let's have some fun. Ich brauche viel. Ich mache das jetzt, Jungs. Ich scheiße aufs Team. Let's throw. Oh my God. Keine Chance, Alter. Keine Chance, Mann. Das Ding ist, wie hat Guardian Angel, die brauche ich gar nicht stacken. Ich weiß nicht, aber Trash, warum geht der so viel aus, Mann. Drei Auto-Attacks hat immer noch richtig viele Hitpoints und ich hatte sogar den Drake-Buff mit True Damage. Das war jetzt komisch, Alter. Ich will fight that. Oh, jetzt habt ihr irgendwie so was zu tun, Mann. Ehrlich. Miese, ey Schade. Ich finde das trotzdem easy. Lucian kann das allein nicht carryen, Mann. Wie denn, ey? Oh nein. Nein. Lucian, mach doch was. Please. Nein, Lucian. 14-7. Na, schade, Mann. Wir wollen Funny Game. Man, viele Tries. Man hat nur diesen Fun gehabt, den man braucht, ne? Das Game muss Fun machen. Und dadurch ist der perfekte Char. Und umso mehr man außergewöhnliche Dinge macht. Oder tried. Oder überhaupt schon macht. Diese Wege, diese Moves schon macht. Desto mehr Fun hat man und desto mehr kann auch entstehen. Was bringt das, wenn ich mit dem Team rumchase? Ja, okay. Dann sind wir alle fünf Leute. Und was bringt's? Denkst du so, mach ich an Penta? Denkst du so, hab ich Fun? Denkst du so, passiert irgendwas Heftiges? Nein, passiert es nicht. Okay, Mann. Ich lad das Game hoch. Und haut rein, ne? Have fun noch. Okay, Mann.